Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter & Krohn wieder mit mir, dem Alex und gegenüber, also aus eurer Perspektive, der Piet. Moin! Wir heute hier, Klask oder Klacksk, wie auch immer, egal, für mich mein Messe-Highlight aus Essen, wobei das an sich ja noch gar nicht so aktuell ist. Wir haben es, glaube ich, schon, war es letztes Jahr schon in Essen? Es war auf jeden Fall in Nürnberg, glaube ich, zu sehen. Aber da habe ich es nie wirklich spielen können und im deutschen Handel ist es auch jetzt noch nicht raus. Wir hier quasi vorab haben wir uns das Erkämpft, das Exemplar. Es sollte aber Ende des Jahres, aller, aller spätestens Anfang nächsten Jahres, im deutschen Handel erhältlich sein. Oh, ist ja cool. Und für mich ist das wirklich, wenn man eher Hockey mag, wenn man so ein Feeling von Kicker hier auf den heimlichen Tisch bringen will, dann kommt man eigentlich an diesem Ding nicht vorbei. Ich weiß leider selbst noch nicht oder wir wissen auch noch nicht, was es genau kosten soll, aber ich bin total von begeistert. Ist schon eine andere Richtung von Brettspiel. Ja, wir gehen jetzt hier, ist ja also, aber wir werden jetzt einfach eine Runde spielen. Das glaube ich auch. Und natürlich werden wir das Ganze so handhaben, unentschieden gibt es hier bei uns nicht. Es wird einen Gewinner geben. Und das Ganze funktioniert einfach so, ihr habt hier diesen magnetischen Spieler, diesen Pong, der wird also durch diesen Magnet unter dem Brett mit einer Führungshand hier bewegt. Wenn es jetzt hier ein bisschen quietscht, sorry an der Stelle, man kann das vermutlich so mit so ein bisschen Babypuder oder sowas noch nachbearbeiten. Die andere Hand, die hält einfach das Spielbrett fest. Und ihr seht schon, der Ball hier in der Mitte, der muss natürlich beim Gegner ins Loch, der muss da auch drin liegen bleiben. Nur wenn der drin liegen bleibt, dann zählt das auch wirklich einen Punkt, dann kriege ich hier einen Punkt. Wenn ich sechs Punkte habe, habe ich gewonnen. Das Coole dabei ist aber, wenn man sich dämlich anstellt, Piet, stelle ich mal kurz dämlich an. Oh, daher hat das Spiel auch seinen Namen. Dieses Klacken beschreibt quasi auch der Titel, sobald ein Spieler hier reinfällt, egal ob er dann auch wieder rausspringt, wenn er da einmal drin war, gibt es einen Punkt für den Gegenspieler. Und genauso ist es mit diesen drei coolen Puck-ähnlichen Dingen in der Spielmitte. Die sind nämlich auch magnetisch. Und wenn einer davon zwei einfängt, dann ist das nicht toll. Nein, dann der Gegner erhält dafür auch wieder einen Punkt. Zumal ist es so, immer wenn jemand einen Punkt erhält, wird das hier wieder resettet, das Setup. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch die Variante, dass ich die Kontrolle verliere. Und wenn Piet schnappt ihr den mal schnell, wenn Piet das dann schafft, sich den zu schnappen, dann bekommt er dafür einen Punkt. Ja, und wer als erster sechs hat, gewinnt. Noch Fragen? Ja, wann geht's denn los? Ich sag einfach mal, get your hand under the table. Ja? Kriegen wir hin. Und los geht's. Piet darf anfangen. Ah. Oh, je, je. Man kann natürlich super taktisch diese weißen Steine in der Mitte, wie wir das hier schon haben, habt ihr das gehört? Ich habe hier so eine Sichtbeschränkung. Ja, man muss natürlich sagen, Piet hat es jetzt nicht einfach. Aber wir wechseln die Perspektive. Dann auch nochmal. Gehe ich fest davon aus. Einmal wechseln wir auf jeden Fall die Perspektive. Oh. Trampi, lass es nochmal placken. Ah. Ja, man darf da auch nicht zu doll schießen. Oh, da habe ich schon einen. Nein, abgefälscht. Nicht zu doll schießen. Die Murmel hopst da mal raus. Du darfst ja auch aussuchen, in welcher Ecke du anfangen willst. Wird einfach auf die Linie irgendwie so ein bisschen platziert. Und dann. Oh. Und das Spiel bleibt rutschen ein bisschen, aber. Schön festhalten. Haben wir den weißen reingeschossen. Gleich noch einen rübergeschossen. Ja, scheint nicht so mein Spiel zu sein heute. Ach, Piet. Macht nichts. Komm. Du hast bestimmt heimlich geübt schon. Neer-Treffer gibt es noch. Boah, da. Jetzt sind die Fans bei uns im Hintergrund ausgestiegen. Ja. Das waren deine Fans. Oh. Nein. 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 Meine Fans sind ausgestiegen. Ne, meine. Deine Fans sind ausgestiegen. Ja, ich bin mir so schlecht. Die sind schon nach Hause gegangen. Da sind sie wieder. Ach so, du hast recht. Ja, ja. Irgendwie bringt das kein Glück. Muss ich aus der Ecke? Mach mal. Ui. Der ist raus jetzt. Der bleibt doch draußen. Eine Gefahr, wenige an der Stelle. Komm schon. Ach, da war es schon wieder. Ach. Ja. Der Grobmotorik Rapid ist das nichts. Achtung, pass auf. Das Loch muss diesmal vermieden werden. Sonst ist der da ziehsicher. Und die ersten 6. 6 zu 0. Wir machen jetzt irgendwie eine weiche Überblende oder so. Wir tauschen jetzt nicht die Trikots. Nein. Wir tauschen jetzt die Position. Seitenwechsel. Und dann geht es sofort weiter. So, Piet. Hallo Leute. Jetzt mal hoffe ich vielleicht, dass es besser wird. Ich bezweifle es allerdings so besser. Möchtest du anfangen? Nee. Ich fange auch mal. Gucken, dass ich vernichtet werde. Schön. Eine Hand. Insofern sage ich mal wieder. Oh, ho. Fast. War zwar die falsche Seite, aber das ist auch schön. So, also festhalten des Brett, Piet diesmal. Ja, ja. Los geht's. Na ja, mit Kamera ist es natürlich nicht so einfach, aber ich werde euch beweisen, dass... Ah, Einwurf. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Verdammte Axt. Wie ist... Ah, da war es schon wieder. Da war es schon wieder. Du darfst wieder... Ich und das Loch sind... Wir werden es echt freuen, ne? Aber nicht für dieses Spiel gut geeignet, glaube ich. Und los geht's. Uh. Oh, gleich abgehauen. Wir haben noch theoretisch praktisch eine Ersatzmurmel. Hast du gefunden? Nee, das ist hinter den... Okay. Jetzt heißt es, wir dürfen das Zimmer abbauen an der Stelle. Ja, und ist das nämlich hinter... Nein, verdammte Axt. Hinter die Sitzfläche gerutscht. Dann geht's weiter. Wird das nochmal aufgebaut, Jan? Nee, das wird weitergespielt. Das wird weitergespielt, das auch schon. Wie geht's mal? Das war das Geräusch des Abends. Klack macht es. Klack macht es. Das ist nicht mein Spiel. Ah, Piet, aber wir müssen doch für die Deutsche Meisterschaft, da sind wir doch dabei. Ähm, ja. Also es gibt schon in allen Herren Ländern Meisterschaften. Wir sind auch wirklich dabei, dass vielleicht sogar auf der Berlin Con, dass da ein Vorentscheid oder irgend so was stattfindet. Das ist auch ganz cool. Auf jeden Fall. Vor allem haben wir halt mit dem... Oh. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hier konnte es. Ah, da schießt er sich... Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Du hast ja auch mit dem Weltmeister, mit dem englischen Weltmeister gespielt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, aber der war auf jeden Fall geil. Oh, in der Tat. Das hast du mit Absicht gemacht. Wenn du einen Punkt hast. Nein, 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 ich war echt... Ja, das ist aber dein Ball. Ja, das ist mein Ball. Den kennst du nicht durch die Fühle, ne? Bin ich gar nicht gewohnt, genau. Oh, ist der schon wieder am Rand hier. Da habe ich aber auch verloren. Also das... Aber ich habe wenigstens drei Punkte gemacht. Aber ich sage mal so, die haben mal lustige Spiele in Essen gemacht. So das Wheel of Shame. Das heißt, wenn du verloren hast, musst du einfach ein Glücksrad drehen. Was für eine Schwierigkeit da sozusagen. Ja, ja, wir haben da mehrere Leute mit Klask-Beschriftungen auf der Stirn gesehen und Leute nur mit halbem Schnurrbart. Jedenfalls wurden uns da Fotos von gezeigt. Also da kann man natürlich die ein oder andere Wettsituation hier rausnutzen. Genau, mit Schnurrbart abrasieren oder alles außer dem Schnurrbart abrasieren. Da sind sie ganz groß drin. Oh! Was? Ja, geil, da war's. Langsam werde ich warten. Guck, er wartet doch nicht mal, dass ich bereit bin, sondern fies wie er ist gleich. Was heißt hier fies? Ich bin... Ah, komm, holen wir. Der zählt nicht, ne? Der muss wirklich drin liegen, bleiben. Oh, angedreht. Du schaffst, du. Äh, kommt schon noch. Uhu. Ja, Mann. Nice! Ja, Mann darf leider auch nicht so doll machen, ne? Ja, dann ist er aber... Ah! Juhu, aufgeholt. Ja, 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 wir wollen uns ja auch spannend halten. Ja, jetzt hat er die Kamera... Das, äh... Wo ist das Ding hin, das andere? Da, bei dir. Das, äh, habe ich versteckt. Das habe ich schon mal, es gibt keinen. Hat er sich noch gemobst? Ja. Guck mal, er schießt mir immer gleich hier wieder die Beißen rüber, ne? Als wenn da nicht... Ja, schießt ihr selber. Schön beim Lachen erst mal, falls das Loch gefallen. Tö, dö, hier noch. Hey, hey, hier bin ich! Hier bin ich! Ach nee, du hast da. Echt? Ja, genau. Ach! Ach, scheiße. Oh, den wollte ich mir nicht holen. Hey, du, ne ne Socke. Ja, aber dann! Aber egal, Pete. Egal ob der Ball weg ist, weil das war mein Sechster Punkt. Sehr schön. Also, Alex, Klaas, Champion. Herrlich, herrlich. Ein schönes, kleines Spiel. Also klein natürlich im übertragenen Sinne. Es kommt in dieser Größe, wie es ist. Man kann es nicht irgendwie auseinandernehmen. Nee, nee, nee. Pre-Build. Man muss auch nicht zusammenbauen, das sei ja auch mal schön. Wir haben jetzt das einfach nur in einem Pappkarton mitbekommen. Nachher gibt es so einen schönen Trage-Pappkoffer, wo man das auch wirklich überall mit hinnehmen kann. Und das passt auf jeden Tisch. Ein bisschen austarieren muss man es halt. Das haben wir auch gerade schon festgestellt. Also es liegt eher am Tisch, jetzt nicht an dem Ding. Ja, aber dass man eine Ebenefläche hat, ist da doch schön. Ich mag sowas auch, auch wenn ich da drin nicht so gut bin. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Das war Klaas mit Piet und Alex. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.